Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Beim Anbau von Gurken freut man sich besonders über die ersten Blüten und Früchte. Umso ärgerlicher ist es, wenn man sieht, dass sich noch kleine Gurken gelb werden und abfallen. In diesem Video zeigen wir euch drei mögliche Ursachen für das Absterben der jungen Früchte. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wenn die jungen Früchte einer Gurkenpflanze gelb werden, braucht ihr nicht in Panik zu verfallen. Es gibt dafür unterschiedliche Gründe und meist braucht ihr nicht oder nur wenig eingreifen. Erstens, zu jung. Der häufigste Grund, warum die Früchte gelb werden und abfallen, dass die Pflanze noch nicht genügend gewachsen ist, um die Früchte zu versorgen. Erst wenn der Stamm dick und groß genug ist, schafft die Pflanze es, die Früchte voll auszubilden. Das klingt zwar erst einmal enttäuschend, ist letztendlich aber auch gut für euch. Denn sonst würden alle Früchte klein und mickrig werden. So könnt ihr später große, geschmackvolle und knackige Gurken ernten. Zweitens, nicht befruchtet. Normalerweise bilden Gurken männliche und weibliche Blüten. Diese müssen von Insekten bestäubt werden. Gerade im Gewächshaus kann das zu einem Problem werden, da nicht immer die Insekten den Weg hineinfinden. Bei einer nicht bestäubten, weiblichen Blüte wird der Fruchtansatz, der bereits wie eine kleine Gurke aussieht, gelb und stirbt ab. Um das zu verhindern, sorgt dafür, dass Insekten auch den Weg ins Gewächshaus finden. An heißen Tagen könnt ihr die Tür offen stehen lassen. Kalendulas im Gewächshaus locken Bienen und Co. an. Alternativ könnt ihr die Blüten mit einem Pinsel selbst bestäuben. Manche Gurken, wie hier unsere Snackgurken, sind so gezüchtet, dass sie nicht bestäubt werden müssen. Ihr könnt es daran erkennen, dass unter jeder Blüte sich ein Fruchtansatz befindet. 3. Unterversorgt Gurken gehören zu den Starkzehrern und benötigen besonders viele Nährstoffe. Ist die Pflanze unterversorgt, werden die kleinen Früchte gelb. Einen Nährstoffmangel erkennt ihr daran, dass die Blätter blasser und irgendwann gelb werden. Wichtig ist, dass die Pflanze gedüngt wird, damit sie wieder genügend versorgt ist. Verwenden könnt ihr dafür einen Tomatendünger, der für alle Starkzehrer geeignet ist. Wir haben drei organische Tomatendünger getestet. Das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Dünger wird um die Pflanze herum verteilt und anschließend in den Boden eingearbeitet. Durch das Gießen werden die Nährstoffe herausgelöst und in den Wurzelbereich geschwemmt. Unsere Pflanze befindet sich an einem Tomatenhaken, wodurch der untere Bereich am Boden entlangläuft. Die Blätter und Blüten, die sich in Bodennähe befinden, können abgeschnitten werden. Auf diese Weise werden die Nährstoffe nicht verschwendet und die Früchte können voll versorgt werden. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du ja ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenseile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!